Freunde, ich hab da was für euch. Edelweiß Electronics ist ein junges Startup aus Österreich, das bislang zwei Produkte vertreibt. Zum einen ein smartes Armer, das man schon im letzten Jahr kaufen konnte, und seit kurzem gibt es nur noch einen Bluetooth-Schlüsselanhänger, der euch zum Beispiel beim Auffinden des verlegten Schlüssels, eures irgendwo im Großstadtdschungel geparkten Autos, eurer Tasche oder zum Beispiel auch dem Smartphone helfen soll. Die Jungs haben mich gefragt, ob ich das Ding nicht testen möchte, ich habe es mir genauer angeschaut und dachte, dass es den ein oder anderen von euch interessieren könnte. Also habe ich mal zugesagt und jetzt werde ich euch das gute Stück nicht nur vorstellen, sondern am Ende des Videos auch noch was verlosen. Was ihr tun müsst, was das Ding genau kann und alles weitere erfahrt ihr nun in diesem Review. Ich wünsche euch viel Spaß, los geht's! Der Unlimited Tag, so heißt das Ding nämlich genau, kommt in einer sehr kleinen Verpackung, die mich so ein bisschen an frühere Bonbon-Alu-Boxen erinnert. Neben dem Tag finden wir hier noch eine zweisprachige Anleitung, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch, und die erklärt uns alle Funktionen und auch wie wir das gute Stück verbinden. Da ich das jetzt aber auch mache, lassen wir das einfach mal weg und wir werfen einen genaueren Blick auf den Tag. Er ist gerade mal ein bisschen größer als ein 2-Euro-Stück und kann dadurch problemlos am Schlüsselbund getragen werden oder in einer kleinen Tasche verstaut werden, ohne dass er großartig auffällt oder vor allem nervt. Er ist sehr leicht, besteht aus einer Art Hartgummi und ist wirklich sehr stabil gebaut. Auf der Vorderseite finden wir den Namen, oben finden wir ein kleines Dreieck, um das Ding dann irgendwo befestigen zu können und wenn wir es mal umdrehen, fällt gleich auf, dass wir die Rückseite abmachen können. Das hat natürlich einen Sinn, denn hier sitzt die Batterie. Edelweiß gibt eine Laufzeit von ca. 8 Monaten an, testen konnte ich das bisher aber natürlich noch nicht, da ich das Ding erst seit ein paar Wochen im Einsatz habe. Ist die Batterie dann doch mal leer, könnt ihr einfach eine neue kaufen, denn es wird eine ganz normale Knopfzelle mit der genauen Bezeichnung CR2032 verwendet. Diese könnt ihr dann natürlich selbst austauschen und dabei kann man auch eigentlich nicht viel verkehrt machen. Der Unlimited Tag wird nur in Schwarz erhältlich sein, also ist das, was wir hier sehen, auch die einzig verfügbare Farbe, was ich persönlich jetzt aber gar nicht schlimm finde, denn mit Schwarz kann man eigentlich nie falsch liegen. Um den Tag nutzen zu können, braucht es noch die iTracing-App, die es kostenlos im Google Play und im Apple Store gibt. Die Aufmachung der App ist zum einen sehr einfach, zum anderen aber auch sehr, ich sag mal, altbacken. Hier würde ich mir wünschen, dass die Jungs nochmal ordentlich Gas geben und das Design überarbeiten. Habt ihr die App also heruntergeladen, kann es auch schon losgehen. Um den Tag einzuschalten, drückt ihr für ca. 3 Sekunden in die Mitte des Tags, denn dort befindet sich die einzige Taste. Sobald ihr ein zweimaliges Piepen hört, ist der Tag im Arbeitsmodus und ihr könnt quasi auch direkt loslegen. Wir starten auf der ersten von 5 Seiten, die in meinen Augen auch die wichtigste ist. Hier finden wir zum einen eine Übersicht über die verfügbaren Geräte und zum anderen wird der Tag hier mit dem Telefon gekoppelt. Einfach Bluetooth am Telefon einschalten und schon sollte er hier in der Liste erscheinen. Tut er das nicht, dann könnt ihr ganz einfach oben links auf die Lupe klicken und danach wird gesucht. Jetzt klickt ihr noch auf Verbinden und das Symbol, das vorher grau war, wird jetzt grün. Sollte euch das Symbol aber nicht gefallen, könnt ihr auch einfach auf den Pfeil rechts klicken und es dort durch ein Foto eurer Wahl ersetzen und außerdem könnt ihr den Tag hier auch noch umbenennen, die Verbindung trennen und Einstellungen für die zwei Modi, Diebstahlschutz und Finde mich vornehmen. Soll die LED leuchten, wie laut soll der Alarm sein und welcher Ton soll überhaupt erklingen? Ihr könnt ihr aus 10 Tönen wählen und von Vogelgezwitscher über einen Miauen, ein Pfeifen, eine Polizeisirene oder einen Techno-Beat ist wirklich für jeden was dabei. Sollte euch die Liste zu lang sein, die Liste an auswahlbaren Geräten, weil ihr einfach zu viele Bluetooth-Geräte in der Nähe habt, dann könnt ihr sie mit einem horizontalen Wisch ganz einfach entfernen. Ja, blöd gelaufen, jetzt habe ich mir die schöne Überleitung von eben selbst zerstört. Also, wir kommen nochmal zurück zu den Punkten Diebstahlschutz und Finde mich. Natürlich könnt ihr in beide Richtungen kommunizieren. Klickt ihr in der App auf Alarm, piept der Tag, bis ihr den Alarm mit einem Klick auf den Tag selbst oder einem Klick in der App beendet. So könnt ihr dann also zum Beispiel Gegenstände wiederfinden, an denen oder in denen euer Tag befestigt ist. Andersherum könnt ihr aber auch euer verbundenes Telefon wiederfinden, wenn ihr zweimal auf den Tag klickt. Hier tönt dann genau der Ton, den wir eben aus den 10 verfügbaren gewählt haben. Man sitzt hier auf Bluetooth 4.0 Standard und der Tag ist prinzipiell mit allen Smartphones ab Android 4.3 und ab iOS 7 kompatibel. Die Verbindung geht im Normalfall schnell und ist auch stabil. Nützt ihr aber ein Smartphone ab Android 5.0.1, kommt es nach einigen Minuten dazu, dass der Tag die Verbindung verliert. Das Problem konnten sowohl Franz von Swaghtab als auch Chris von Tag Group, damals hieß das noch updated, bestätigen. Und auch die Jungs von Edelweiss wissen bereits Bescheid, denn sie arbeiten an einem Update, das das Ganze dann beseitigen soll. Kommen wir mal zur zweiten Seite der App. Sie nennt sich Kamera und stellt die nächste Funktion dar. Mit einem einfachen Klick auf den Tag könnt ihr nämlich auch Bilder auslösen. Dazu gibt es jetzt natürlich verschiedene Anwendungsbereiche, sei es ein Selfie, das nicht danach aussehen soll. Da stellt man dann einfach das Smartphone irgendwo ab, lehnt es an die Wand oder sowas, positioniert sich und löst dann per Tag aus. Oder vielleicht ein Schnappschuss vom kleinen Neffen, wie ich das vor kurzem getan habe. Er hat einfach mit meinem Smartphone rumgespielt. Das ist übrigens ein Pro-Tipp für alle da draußen. Babys und Kleinkinder stehen irgendwie total auf Spiegel und Kameras, in denen sie sich dann selbst sehen können. Und während er sich das Ganze dann angeschaut hat, habe ich einfach ein paar Bilder ausgelöst. Das wären jetzt so zwei Ideen, die mir einfielen. Aber es gibt natürlich noch viele weitere. Da müsst ihr einfach ein bisschen kreativ sein. Hier finde ich es allerdings schade, dass es nur mit der App-App funktioniert, also nicht mit der normalen Kamera-Smartphone-App. Seite 3 und die nächste Funktion wäre die Ortung des Tags. Anwendungsbeispiel wäre hier dann zum Beispiel das Auto, das ihr irgendwo geparkt habt. Da der Unlimited Tag kein eigenes GPS-Modul besitzt, müsst ihr hier für diese Funktion euer Smartphone ranziehen. Also GPS an, einmal auf den Tag gedrückt, kurz gewartet und die Position wird gespeichert. In der App selbst könnt ihr dann nachvollziehen, wo das Auto steht, die letzte Position abrufen, die gespeicherten Standorte ansehen und euch natürlich direkt zum Tag, in diesem Fall dann zu dem Auto, führen lassen. Sollte euch Google Maps nicht gefallen, könnt ihr alternativ bei Doomaps nutzen. Dafür klickt ihr einfach auf die vierte Seite, um in den Einstellungen zu landen. Dort geht ihr auf Karte wechseln und dann wählt ihr das aus, was euch am besten gefällt. Außerdem könnt ihr hier einen Nicht-Stören-Mode aktivieren, der dann alle Alarmfunktionen stilllegt. Ihr könnt die App per Passwort sichern und ihr könnt noch eine weitere, etwas verstecktere Funktion nutzen. Vorhin habe ich euch erklärt, dass ihr mit einem Doppelklick die Alarmfunktion auslöst. Ihr könnt allerdings auch eine Sprachaufzeichnung auslösen, wenn ihr das zum Beispiel in den Einstellungen hier aktiviert. Jetzt startet ein Doppelklick auf den Tag also nicht mit dem Alarm wie vorher, sondern ganz einfach eine Sprachaufzeichnung und mit einem weiteren Doppelklick beendet er sie auch wieder. Zu guter Letzt auf der letzten Seite gibt es dann auch in der App noch einmal eine Anleitung. Bei iOS ist sie Englisch und bei Android ist sie auf Deutsch. Warum das genauso ist, das weiß ich noch nicht. Gut Freunde, das waren nun die Funktionen und das war der Unlimited Tag von Edelweiß Electronics. Insgesamt halte ich das gute Stück für eine wirklich hilfreiche Sache, denn irgendwer von uns kennt immer wen, der seinen Kram ständig liegen lässt oder sein Auto nicht wiederfindet, vor allem halt in der Großstadt. Aber wie ihr im Review schon gehört habt, gibt es auch ein bisschen etwas zu verbessern oder zu meckern. An allererster Front würde ich hier mal das App-Design in den Vordergrund werfen. Eine Sache, über die wir aber noch gar nicht gesprochen haben, ist der Preis und das wäre der zweite Kritikpunkt. Momentan, also jetzt wo ich dieses Video erstelle, kostet der Tag ca. 37 Euro. Ich fände es aber ein bisschen netter, wenn man sich mehr so in Richtung 30 bewegt. Das wäre wirklich angenehmer. Noch schöner wäre es natürlich nur, wenn man so ein Ding kostenlos bekommt und damit kommen wir dann auch schon zum Gewinnspiel. Es läuft gemeinsam mit dem guten Swag-Tab und dem Chris von, ihr habt es eben gefahren, Tag-Loop ab und ihr müsst natürlich nicht viel tun. Kommentiert einfach unter diesem Video und oder den Videos der anderen beiden, gerne natürlich auch unter allen dreien und damit seid ihr auch schon dabei. Das Gewinnspiel endet am 10.05. um 23.59 Uhr und dann werden die Gewinner ausgelost und auf der Facebook-Seite von Edelweiß Electrolix verkündet. Die sind es dann auch, die die Gewinner kontaktieren, also schaut auf jeden Fall ab und zu mal da vorbei, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, und damit sind wir jetzt wirklich durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, dass ihr Spaß am Gewinnspiel habt. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.